Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zurück zu No Man's Sky. Wir sollen auch mal... Wir haben jetzt übrigens auch das hier rausbekommen. Das ist so, wir können hier verbrabende Technologie entdecken, aber die können wir jetzt mit einem Salzansammlung... Oh, da... Uran! Hier ist Uran! Oh, ist das schon mal ein geiler Planet, wenn du hier Uran hast. Uran, ähm... Klar, viele... Wenn, nachher findest du das tausendmal, aber gleich haben wir zum Start. Ist doch schon geil. So, Abflug! So, wir verschwinden mal von hier und gehen wieder Richtung zurück unseres Raumschiffes, wo wir eigentlich hätten hin sollen. Ey, dir könnte mich eigentlich einer von den Spacken mal mitnehmen, ne? So. Aber ich glaub, da hat wieder keiner Bock drauf, mich mitzunehmen. So, wir müssen zum Raumschiff. Wir sind im Moment noch nichts Gefährlichem begegnet. Aber wir können das scannen. Dafür bekommen wir nämlich dann auch mal Kohle, wenn wir sowas scannen. So, deswegen mach ich mal eben ganz kurz meinen Scanner auf und scanne mal nebenbei mit. Keine Panik, wir sehen gleich zu, dass ich das alles nicht so übertreibe mit dem Scannen. Das, was ich so finde, nehme ich eben kurz mit. Was ist hier denn? So wird hier gefährlich Flora. Ach so, da war doch irgendwo eine gefährliche Flora. Sag mal her, wo ist das Zeug? Da? Was ist das gewesen? Ja. Das sind diese Pflanzen, glaub ich. Die schlagen aus. Also auf dem Planeten gleich mal vorweg, gibt's super viel zu scannen, super viel zu entdecken. Ihr könnt auf jedem Planeten echt viel entdecken, echt viel scannen. Aber genau, wartet mal eben ganz kurz. Ne, hast du doch von mir entdeckt. Ne, warte mal, warte mal, warte mal. Ist dann der Planet auch von mir entdeckt? Ich hatte das Gefühl gehabt, ich hatte einen Planeten gehabt, der jetzt nicht auf der... Doch, da ist das... Naja, doch, hier, von Red Baroon 020 entdeckt worden. Vor sechs Jahren, dieser Planet. Aber ich wollte gerade sagen, der wurde nicht von mir entdeckt. Also das muss jemand anders gewesen sein, der den entdeckt hat. Oh cool, ich habe meinen Planeten mal gefunden, der meine... Ja, sowas von wegen, was... Ja, ihr werdet irgendwann, äh... Man wird ganz selten mal einen Planeten von jemand anders entdecken. Also ich glaube, das ist in der Zeit schon so, dass super viele Leute No Man's Sky gespielt haben. Es gibt auch die erfahrenen Veteranen, die das Spiel immer noch suchten bis zum Umfallen. Und, äh... Ich glaube, mal ganz im Ernst, hier sind schon sehr viele Planeten entdeckt worden. Aber, schön. Finde ich cool. Äh, das heißt also, wir werden wahrscheinlich auch ein paar... Äh... Planeten entdecken von Leuten, vielleicht auch von einem Zuschauer, wer weiß. Ich gebe mir auf alle Fälle Mühe. Ich habe auch ein oder zwei Planeten mal entdeckt. Oder ein paar mehr natürlich auch. Ähm... Aber ich weiß nicht, in welchem Universum. Das ist in dem jetzigen Universum, wo den Spielstand, den ich vorgesehen habe, zum Beispiel... Ähm... Ja, da ist zum Beispiel noch niemand gewesen. Da entdecke ich gerade, äh... Äh... Habe ich den ein, zwei Planeten auch entdeckt. Aber wie gesagt, das muss nichts heißen. Manche Leute fangen ja einfach an, spielen einfach und, äh... Machen danach nie wieder weiter. Äh... Oder auch Stationsnamen. Ich würde mich sehr freuen darüber. Ne? Wenn irgendwas von euch kreativisch auch mit ihnen herkommt. So, von den Staub. Oh, mein... Ach komm, wir haben genug Scheiße, glaube ich, gesammelt. Wir können jetzt erstmal loszischen. Natrium habe ich auch noch ein bisschen. Aber ich glaube, das werde ich jetzt im Moment nicht so brauchen. Ärgerlich halt nur, dass es wirklich hier in einer Art... Boah, hier ist so viel davon hier rum. Also... Den Storch habe ich ja echt eine ganze Menge noch. So, wir müssten aber gleich angekommen sein. Ist nicht mehr weithin. So, komm, einmal hier noch über den Berg rüber. Dann müssten wir doch eigentlich schon fast da sein. Wir haben ja auch eine gute Abkürzung eigentlich genommen. Na, also, da sind wir doch schon. Jetzt nur aufpassen, dass wir gleich beim Runterkommen... Alles klar. War der kleine Scheiße auch schon. So, also sind wir schon beim Schiff angekommen. Da können wir das Ding erstmal auch fertig machen. Ich versuche mich zu beeilen, dass wir das ganz schnell durchkriegen. Na, zack, zack und fertig ist das Ding. So, dann haben wir das. Das ist natürlich als nächstes der Arbeitsteil. Ach, da haben wir zum Glück auch schon alles. Aber warte mal, da fände ich doch... Wir müssen jetzt nämlich nicht einmal eine Raffinerie bauen. Jetzt kommt nämlich auch das Thema Raffinerie. Kann ich bis dahin überhaupt noch gar nicht. So, wir sollen erstmal dieses Gel herstellen. Das können wir dann eben schnell mit dem Raumschiff hier noch verbinden. Haben wir. Gern. So, und dazu dann... Startschildbrüsen reparieren. Stelle Metallplatten her. Das können wir auch nochmal eben schnell machen. So, dann hätten wir das alles auch schon. Das war einfach schneller, als ich erwartet habe. Dann können wir nicht mit J die Raffinerie aufstellen. Die Raffinerie benötigt Treibstoff. Das wäre meistens Kohlenstoff, das wir hier reinsetzen können. Dieses Ferinstaub hier rein. Dann alles automatisch. Einfach nur starten. Und dann geht der ganze Lachs eigentlich schon los. Ihr seht, da unten wird schon weiterreißig produziert. Das wird jetzt so reines Ferin verarbeitet. Und ich glaube, es gibt noch einen Verarbeitungsprozess davon. Gib mal her, reines Ferin. Kann man da noch, genau, magnetisiertes Ferin verarbeiten. Also es gibt... Ich weiß gar nicht, ob es da noch eine weitere Stufe gibt. Aber das werden wir auf alle Fälle alles herausfinden. So, jetzt haben wir da natürlich was drin. Ich nehme den natürlich auch mit, weil ich will den hier lassen. Zack, baue ich den einfach ab. Gehe zu meinem Schiff rein. Bastel hier noch die beschädigten Teile rein. Und dann haben wir die Technologie repariert. So, wir können das auch abhauen. Ja. Und Tschüss. Planet von... Oh! Äh... Baron? Komm, ich bin noch mal netterweise noch mal so... Äh... Entdeckt. Wo ist er denn? Von Red Baron 420. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal wieder. So. Einmal raus. YouTuber-System. YouTube-System ist das hier also. Ist doch noch ein YouTube-System. Also wir werden doch wirklich mal ein paar Sachen finden. Wie sind wir denn hier gelandet, ey? So, wir sollen die Raumschiffsdüsen testen. Testen wir das Raumschiffssystem mit W. Jetzt mit L-Shift, wie man schneller fliegen kann. Haben wir auch so. Dann sollen wir uns die... Äh... Wo ist mein... So. Nur zum Testen. Haben wir auch geschafft. So. XC. Eingehende Frequenz beantworten. Auswählen. Und dann eingehende Übertragung. Quelle... 94... Äh... 9425B. Die diffizieren sich. Ich bin... Bist du nicht. Wieso nicht? Allein. Okay. Ja, da hast du Pech gehabt. Auf die Freunde. Wenn du alleine bist. Übertragung ändert so seltsam, wie du begonnen hast. Der letzte Teil des Signals scheint ein Satzplanetare Koordinaten zu sein. Jo, dann her damit. Gucken wir mal rein. Achtung, Navigationsdatenempfangen. So, das ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht gelöst worden jetzt. Wir müssen uns eigentlich nur Richtung der Signalquelle ausrichten. Den Impulsantrieb drauffeuern. Und dann fliegen wir da eigentlich schon relativ automatisch hin. Ja. Und angekommen sind wir. Mal sehen, wo wir jetzt gelanden werden. Ich glaube, dieser YouTuber hat den hier bestimmt nochmal ein bisschen mehr entdeckt hier, oder? So, einmal durch hier. Durch die Wolken-Schicht. Cool. Ein ungefährer Standwort. Aber nicht nach ungefährer Geilheit aus, womit landen. Hier könnte ich... Oh, fuck. Ich bin doch voller Gegengeknallt. So, lass uns mal hier versuchen zu landen. Eigentlich ist mit der Landesequenz nie ein Problem. Unerwartet kommt oft, aber ist doch mit dabei. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Planet. Oh Gott, ich habe ja so geil gelandet. Ich könnte mich quasi schon wieder freuen vor lauter Freude hier. Dann müsst ihr auf dieses Signal... Wir können auch so welche Sachen setzen. Ah, wir wollen jetzt einmal zum Signal hin. Welchem Planeten haben wir hier eigentlich gerade? Gehört ja auch schon wieder jemanden? Ja, aufhören. Wir bleiben in seinem System. Sehr schön. Übrigens, hier könnt ihr mit eins rumsippen. Die Sachen kennen wir sogar schon. YouTuber-System. Und ich bin mal gespannt, ob wir das YouTube-System auch... Wir werden es irgendwann zu Besuch verlassen, wenn wir den nächsten Impulsantrieb zünden werden. Das ist ein bisschen doof. Oh Gott, ich bin nämlich verfangen in diesem Gestrüpp von Scheiße. So, wir kommen auf heute für den Näher. Hätte ich vielleicht da... Ah, 349. Wir bleiben weiter in der Richtung hier unterwegs. So, was ist das hier? Ja, das haben wir auch mehr als genug gerade. Ah, fuck. Da hätte ich mal wieder aufpassen sollen. Übel, wer geht dazu hier? Ja, da kann ich jetzt... Ah, da hinten ist das Ziel. Gut, aber weit weg vom Schlag, mein lieber Freund, ey. Oh nein. Mir schon wieder, du. Jetzt reicht es mir aber. Weg mit dir. Okay, lauf. Wir wurden von einem Wächter entdeckt. Und Wächter finden das nicht so lustig, wenn wir hier irgendwelche Sachen töten. Verfolgt er uns? Nein. Er lässt uns zum Glück noch zufrieden. Mensch. Wo ist der Müll? Alles klar. Müsste doch gleich in Sicht sein, oder? Ich hätte erst gedacht, dass das hier ist. Ist es ja auch. Super. So, wir haben es. Ich wollte gerade sagen, ich wäre gerade direkt vorbeigerannt. Den Kram brauchen wir. Die kaputte Technologie müssen wir uns schnappen. So, hier Signal entschlüsseln. So, 16, 16, 16, 16, kein Treibstoff, Station nicht erreicht, kaum Gefahrenschutz, keine andere Wahl als unterirdische Basiscomputer einzusetzen. Ach, stimmt ja. Hier werden wir eine erste Basis aufbauen. Pläne extra hier. Ja, wir werden hier einen kleinen Basiscomputer bauen. Ähm, ich werde den aber... Ach, da hinten ist ja auch ein verfickter Platz, ne? Also, meinen Raumschutz muss ich dann definitiv hier nochmal herholen. Gucken wir mal. Das würde ich hier definitiv herholen. Wenn ich das auch irgendwie... Kann man doch rufen eigentlich, ne? Geht das hier? Erstmal speichern. Von mir entdeckt. Ich hätte den nicht vorher entdeckt, würde ich mich verarschen. Mal nochmal kurz reingeflogen, System ausgenommen und dann abgehauen, wieder wach. So, haben wir auch, haben wir auch, haben wir auch. Was ist hier los? Mensch, hau doch einfach ab, du Lappen. So, was sollen wir denn Missionen... Ach ja, wir sollen dieses Kupfer abbrauen. Das heißt, wir müssen eine neue Technologie... Äh, Multi-Werkzeuge müssen wir, glaube ich, rauf, ne? Und zwar brauchen wir das Terraforming. Gel und Nano. Wie viel war das Gel? Das Gel war 1 und Nano, glaube ich, waren 2, ne? Hm, aber Exo. Fangen wir gleich mal an, das herzustellen. Das Gel und Nano. Und dann machen wir hiervon gleich ein zweites. Geht noch das Multi-Werkzeug gleich wieder zurück. Wir basteln die Sachen mal eben schnell zusammen und sind damit dann fertig. Haben das Terraforming-Tool erschaffen und sind fertig mit dem Zeug. So, ich glaube, wir mussten aber noch irgendwas anderes auswählen. So, jetzt müssen wir Kupfer sammeln. Äh, Kupfer, 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 Kupfer. Wo finden wir Kupfer? Ich hoffe, dieser Planet wird irgendwie ein Stück Kupfer haben. Ansonsten habe ich hier echte Verarschkarte vor mir. Ja, Uran, Uran, Kupferansammlung. Wäre 900, vergiss es, das ist mir ein bisschen zu weit. Haben wir noch eine nähere Kupfer. 8000, ja, auch schön. Was ist hier? Salzansammlung. Salz. Komm jetzt mal, mach mal ein bisschen mehr Kupfer. Uran. Ey, Uran ist schön. Also, ey, das Kupfer ist ja Millionen Jahre lichtweit entfernt. Das ist super weit entfernt. Das ist ja fast so mein Raumschiff noch näher dran, ne? Das ist auch so weit. Also, das ganze Kupferfeld ist ziemlich weit weg. Hm. Na, scheiße. Bei der anderen Sache war es ein bisschen näher um die Ecke. Hier ist es jetzt extrem, extrem weit weg. So, warte mal, aber wir könnten... uns wenigstens das Kupfererz hier hinten mal einscannen, so dass wir das auf dem Bildschirm definitiv haben. Dann rennen wir mal die 900 da hin. Mal sehen, was uns noch so auf dem Weg hier erwarten wird. 900 geht ja noch teilweise. Außerdem eine ellenlange Seite. Aber ich probiere irgendwo natürlich auch noch so eine Art Unterstützung natürlich zu finden, um meine Basis natürlich jetzt nach demnächst zu errichten. ähm, bin gespannt, in welche Richtung ich da ungefähr reiben muss. Also, welche... Da vorne ist auch was? Ne, das ist einfach nur... Sieht erst so aus, als wäre da irgendein Posten, aber ist es nicht. So, Strahlenschutz nimmt natürlich auch ordentlich ab. So, wir müssten gleich angekommen sein beim Kupferfeld. Es geht. Also, das mit 1000 war, glaube ich, ein Stück weiter. Und da muss ich mal gucken, wo am besten ich meine Basislager errichten möchte, weil, ähm... Eigentlich gefällt mir das hier überhaupt nicht. Mit Wächtern in den Nacken. So, ein beschädigter Container. Ab in den Behälter rein. So, hier haben wir auch noch einen. Können wir vielleicht verkaufen. Ich wüsste sonst nicht, was ich damit anfangen sollte. Im Moment irgendwas nicht. Neue Gegenstadt kategorisiert. Sehr schön. So, Gesundheit ist auf Maximum. Sehr schön. Dafür brauchen wir wieder zwei Atlas... Einen Atlas-Fass. Lassen wir mal raus. So, jetzt ab zur Kupferansammlung, bitte. Wir rennen hier nur noch und rennen hier nur noch durch. Wir müssen echt aufpassen, wenn hier ein Wächter in der Nähe rumfahren. Ich habe kein Bock, ich meine, die ganze Zeit auf Wächterkämpfe. Das ist dann, glaube ich, nicht so das Beste, was du dir am Start einfallen lassen kannst, Wächterkämpfe zu haben. Klar, es geht wahrscheinlich, weil das Schwierigkeitsgrad ist ja zum Glück leicht. Die Füllensysteme sind hier auch, aber muss nicht unbedingt sein. Aber wenn wir einen Wächter auslösen, glaube ich, meiner Meinung nach, ja, dann kommen, wenn wir den nicht schnell genug platt machen, kommen dann nachher viel mehr hinterher. Da ist mir nicht noch ein Wächter. Alter, der Pläne-Hit ist nicht optimal für mich. Definitiv viel bessere Plätze. Das werden wir auch schon, glaube ich, gleich wieder gescannt, ne? So, wo ist mein Kupfer? Ey, hoffentlich scannt er mich nicht, während ich da ein Kupferabbau bin. Ich glaube nämlich, das nehmen die mir nicht auch ziemlich übel. Da finde ich auch nicht geil, wenn ich da ein Kupferabbau bin. Ich bin gar nichts geil. Das Einzige, was wir vielleicht geil finden, ist das, dass ich, wenn ich hier ruhig stehen bleibe, auf dem Planeten und am besten mich nicht bewege und ich mal anfange zu atmen. Am besten eins mit den ökologischen Systemen werde oder sowas alles hier. Das würden sie geil finden, aber den Rest mehr. Schon wieder? Ah, kommt schon wieder da, ne? Wächter. Immer Wächter, Wächter, Wächter. So, hier ist Kupfer. Und ja, ich werde hier eine kurze Pause machen und wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder weitergeht, mit No Man's Sky. Also dranbleiben und weiterschauen.